hallo leute was geht ab willkommen auf meinem kanal zurück ich werde euch heute es ist sehr ausführlich es war sehr anstrengend das ganze fertig aufzunehmen fertig zu schneiden aber wir haben es hier ich werde euch zeigen warum taktik maske und kugelweste es geht eher um taktik maske aber ihr werdet beides sehen die besten perks im spiel sind ihr werdet sehen was für ein unterschied das macht wann ihr davon sterbt wann ihr damit nicht sterbt und 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 das habe ich euch alles in dem video erklärt vielen dank geht an den großen kumpel alone song raus der mir dabei im ganzen geholfen hat der war da sehr hilfreich genießt es leute guckt es euch genau an und ich schwöre euch wer nach dem video wer es komplett zu ende guckt immer noch ohne taktik maske und ohne kugelweste spielt hat nichts verstanden lasst uns reingehen in die analyse vielen dank und lasst auf jeden fall schon mal einen daumen nach oben da so meine leute dann wollen wir uns mal anschauen wie das ganze funktioniert hier seht ihr wie ihr von der gemahlen flash geflasht werdet ohne taktik maske ist immer sehr wichtig das zu bedenken sind so drei sekunden in denen nichts machen könnt ihr schießt da aus versehen dann seht ihr wie das ganze aussieht wenn ihr taktik maske drauf habt ihr seht so eine sekunde und ihr könnt euch wieder bewegen schießen das ist ein großer unterschied das sollte man definitiv bedenken das war die normale concussion grenade jetzt haben wir hier die neuen knall einfach aufgeladen wir haben keine taktik maske die hand ist immer noch davor es ist wirklich anstrengend so dagegen irgendwie anzugehen wenn man geflasht wird wird sehen uns das ganze einmal an wenn die aufgeladen ist im prinzip könnt ihr es vergessen egal wie schlecht der gegner ist ihr seid tot definitiv keine chance den gunfight zu überleben vor allem nicht mit zwei kommen kommt das ganze mal an wenn ihr taktik maske ausgerüstet habt dreifach damit wirklich interessant ist und ihr seht ihr könnt euch sofort bewegen es geht schnell es geht super meine empfehlung definitiv taktik maske einpacken was das angeht hier haben wir die ganz normale battery granate ohne taktik maske wenn ihr nicht direkt getroffen werdet von der ersten und dann von den splitter granaten hier seht ihr wieder mit taktik maske selbst wenn ihr von der richtigen getroffen werdet und von der kleinen dazu ihr überlebt das mit 30 40 hp ohne taktik maske habt ihr keine chance das ist wirklich krass wenn man sich also angeht machen großen unterschied das ganze ebenfalls beim reiniger wenn der seine heatwave auspackt ohne taktik maske ihr seid innerhalb von wenn ihr direkt vor ihm steht oder hinter dem gebäude wo es zwei sekunden dauern mit taktik maske könnt ihr euch den hier noch genug angucken noch ein bisschen gucken ob eben vielleicht eine rüber hauen wollt meine empfehlung daher definitiv packt taktik maske auch gegen die reiniger ein das ist wieder ohne taktik maske aus kurzer entfernung und das gleiche haben wir auch aus der längeren entfernung ihr habt ohne taktik maske gegen die reiniger keine chance wollen wir gucken was die stolper mit uns anstellen und wir sehen instant tot das ganze sieht anders aus wenn ihr taktik maske ausgerüstet habt ihr überlebt mit 40 schaden hier war die entfernung zwischen den beiden jetzt etwas länger als sonst kommt das ganze doch einmal an wenn die entfernung etwas geringfügiger ist zum beispiel hier das ist ein wunderbares beispiel dafür schauen uns einmal an wie das dann aussieht auch mal die taktik maske ran vielen dank so laufen wir mal durch beide treffen uns definitiv mit taktik maske und mit kugelweste in dem fall aber ihr seht schon es ist ein riesen unterschied ob ihr die beiden sachen jeweils mit nehmt egal ob sie ein explosiv ist oder einen neuen knall damit ihr solche sachen überlebt das heißt wir haben eine möglichkeit spezialisten bis zu einer gewissen art und weise zu kontern das ist ultra wichtig deswegen bisher gucken wir mal was wir noch alles schönes finden dabei der sucher ist glaube ich die abgefuckteste sache die es in dem spiel gibt ihr seht hier was passiert wenn wir keine taktik maske haben das ding lähmt uns für 100 milliarden sekunden jeder gegner ohne hände tötet uns in der zeit ohne probleme und hier haben wir das ganze dann noch einmal wenn wir versuchen auf diesen viereck backen zu drücken das klappt dann müsst ihr immer sehr sehr schnell sein ohne taktik maske ist das schwierig und wir versuchen das einmal mit taktik maske ohne drauf zu drücken und ihr seht der charakter nimmt das ding von allein dann haben wir hier unseren freund den stacheldraht heinie oder auch wie man ihn gerne nennt den nervigen talk ihr seht ihr könnt nicht einfach drüber laufen ihr nehmt ultra viel schaden ihr könnt auch nicht einfach drüber springen dann nehmt ihr noch mehr schaden und genauso die barrikade die macht euch fertig mit taktik maske allerdings sieht das ganze anders aus ihr behaltet noch ungefähr die hälfte eures lebens bei dem stacheldraht jetzt seht ihr ihr kommt auch im sprint nicht drüber ich habe es auch mit springen versucht ich dachte springen hilft vielleicht dann nehmt ihr noch mehr schaden und seit noch langsamer trock taktik maske es hilft euch also aber ihr kommt nicht einfach so durch wie ihr wollt anders sieht das selbstverständlich aus wenn wir uns jetzt noch mal um die barrikade in diesem fall kümmern hier seht ihr springen wirklich noch mal ich habe es hin und wieder versucht es klappt nicht die barrikade macht uns wenn wir keine taktik maske haben unglaublich viel schaden und wir sterben in der regel davor mit taktik maske könnt ihr frontal darauf zu laufen zur seite laufen und wieder zurück laufen hat immer noch genug leben hier seht ihr das wieder mit taktik maske es passiert im prinzip eine ewigkeit nichts ihr könnt es überleben das heißt auch gegen talk ist taktik maske ein super perk ich kann es euch nur empfehlen hier laufe ich sogar langsam drumherum es klappt trotzdem wenn ihr schnell lauft passiert überhaupt nichts das heißt bei allen spezialisten die wir bisher ausprobiert haben mit taktik maske drauf sieht man den großen unterschied man kann diese sachen überleben es heißt nicht automatisch dass jetzt die spezialisten deswegen wirkungslos sind gerade hier bei talk seht ihr wenn ihr diesen stacheldraht lauf da ist trotzdem schwierig irgendwas noch zu machen aber es ist für den punkt also für einen einzelnen punkt im zehn klassensystem definitiv finde ich das wichtigste perk schon jetzt jetzt kommen wir noch zu ein paar anderen sachen wir haben ja noch molotovs und splittergranaten und schauen wir mal was dabei hilft auch wenn die ausrüstung bisher eher selten genutzt wird aber es ist überraschend passt mal auf hier haben wir jetzt den molotov wir haben keine taktik maske der wird direkt auf uns geworfen im prinzip wir können also gucken ob wir irgendwo rein laufen können das ist das ergebnis es dauert so zwei sekunden und ihr seid tot das unter der prämisse dass ihr im molotov drin bleibt in dem feuer jetzt schauen wir mal wie das ganze aussieht mit taktik maske und ihr seht man kann hier im prinzip ein barbecue machen und auch ein picknick und es passiert nichts feuer ist bisher in diesem spiel abgesehen vom reiniger natürlich noch nicht so häufig benutzt worden das heißt auch der molotov ist jetzt auch soweit ich kenne glaube ich keine aufgabe wo das irgendwie von nöten ist man kann also den molotov was die taktik maske angeht definitiv ein bisschen vernachlässigen aber dafür dass die taktik maske konter drohen kontert fast alle spezialisten fähigkeiten plus ausrüstungs ladung die so mitgenommen werden ist es definitiv ich habe es euch ja jetzt schon acht mal gesagt ich will dass ab jetzt jeder damit rumläuft eine hilfreiche ergänzung neben kugelweste na klar könnt ihr auch plünderer mitnehmen dann würde ich die kugelweste nämlich da lassen aus dem einfachen grund dass es weniger exklusiv granaten gibt die abpacken als flash granaten oder ähnliches battery gibt es nur einmal so häufig wird man davon nicht gekillt ganz im gegensatz zu einer neuen flash oder von der neuen knall die euch an dauernd flasht und euch bewegungsunfähig macht wollen wir uns mal die nächste angucken hier ist von wichtigkeit dass wir kugelweste dabei haben taktik maske macht hier keinen großen unterschied kugelweste schützt uns auch für solchen granaten ihr seht mit wie viel wir selbst bei direkten hits wenn wir draufstehen überleben ihr seid immer noch kampffähig ihr könnt immer noch was sehen könnt euch heilen jetzt sehen wir mal wie das ganze aussieht wenn wir uns da ohne kugelweste draufstellen und ihr seid instant weg da habt ihr keine chance das könnt ihr lassen ebenfalls wenn ihr hier ein bisschen umarmt bisschen näher kommen wollt bisschen küssi küssi geben wollt ihr könnt es vergessen das heißt kugelweste hilft uns wir machen mal eine kleine auflistung für uns gegen suchermine granatenwerfer clustergranaten nervige handgranaten sind alles sachen die uns mit taktik maske und kugelweste nicht weiter nerven müssen dementsprechend sollte man direkt überlegen wie man seine klassen jetzt vielleicht nachdem das update raus kam ändern möchte ebenfalls geschützt werden wir vor der hitzewelle vor dem tempest vor dem reiniger und vor einer konterdrohne das heißt auch konterdrohnen machen uns nichts mehr aus das radar ist nach wie vor sichtbar und taktik maske und kugelweste schützen uns des weiteren vor der stolpermine der concussion grenade der neuen knallgranate dem stacheldraht der barrikade und allen molotov cocktails die auf uns geworfen werden das heißt überlegt wollt ihr vielleicht noch sowas wie gewandtheit drin haben da kann ich auch gerne noch ein video zu machen dass es nicht so gut ist wie es eigentlich sein sollte von der beschreibung her mein spezial perk aktuell ist definitiv gang hoch zusammen mit taktik maske wenn ihr sowas öfter sehen wollt so in der analysen schreibt das unten gerne in die kommentare leute ich brauche eure tipps damit ich für euch das beste machen kann ich habe kein problem damit dass es wirklich sehr sehr viel aufwand also tut mir einen gefallen lasst ein like da haut unten in die kommentare was ihr als nächstes analysiert haben wollt das kann eine waffe sein das kann ein perk sein das kann aufsatz sein was immer ihr wünscht ich mache das gerne bei mir macht das spaß habe immer irgendwie schuldigen sache ich mal der irgendwie daher halten muss aber das passt schon also leute vielen dank fürs zuhören ich weiß ist länger geworden als jetzt eigentlich geplant aber das ist ein interessantes thema glaube ich für alle knallt den like button nach oben haut uns 100 likes leute wir können 100 likes schaffen ich weiß es vielen vielen lang für den support teilt das video und macht's gut